Leon hat uns verboten, den Fernseher laut zu drehen, also schauen wir gerade eine Fashion-Show auf lautlos und Nina auf einmal so. Das ist so dumm. Wie denkt ihr, dass ihr sterben werdet? Drogen? Ich glaube nicht, dass ich Drogen abrutsche. Vielleicht auch Drogen ausrutsche. Liegt so vorsichtig, das ist eine Tablette. Ich habe noch nie jemand so komisch hinfallen sehen. Es war auch so lautlos, für das, dass wir das alles vorbereiten. Niemand weiß sein. Dankeschön. Das ist alles deine Pakete? Ja. Hast du Sextoys bestellt? Auch. Auch? Es ist Weihnachten, ich darf mich ja wohl vergnügen. Das Ding ist, es geht halt jeden Tag so. Ich bin ernsthaft interessiert, was du bestellt hast. Ja, was zum Beispiel ist? Ein Gültig. Sie weiß nicht mehr, sie weiß selber gar nicht mehr. Was zum Beispiel ist? Oh, ich weiß. Es ist ein Mester. Nein, das ist für Wassereinlagerung. Damit kannst du deine Beine machen. Nein. Jetzt verstehe ich es. Sie nimmt das Ding und zieht immer die Wassereinlagerung von den Beinen bis in die Wöpse rauf. Dann soll ich es mal runterpressen. Ich versuche es hier so zum Bizeps zu pressen. Komm schon. Leon hat gesagt, ich muss unbedingt die Vlog-Kamera auspacken. Weil das jetzt so krass ist, was jetzt kommt. Nein, wenn du das noch einmal sagst, mache ich nie wieder was. Ich habe keine Ahnung, ob das ja dein Vlog kommt. Aber wir haben ja diese Wette am Laufen. Bezüglich abnehmen und so. Ah ja, genau. Das habe ich noch gar nicht erklärt. Leon und ich haben da so eine Wette. Malke und ich haben gestern eine Wette gemacht. Weil wir beide meinten, wir müssen Fitness durchziehen. Aber wir haben noch nicht so etwas, das uns richtig anspornt. Und da ist der Gedanke gekommen. Wir haben gesagt, am 1. April muss jeder von uns ein Oben ohne Foto in die Instagram-Story posten. Nein. Nein. Also unser Manager ist einfach so professional. Es ist mir gar nicht unangenehm, dass der das macht. Eine Abmachung unter Ehrenmännern. Läuft. Hussar. Hussar. Ich freue es. Ich freue es jetzt schon. Darfst du noch ein bisschen Pizza sein? Ja, Leon. Hier, komm, nimm doch ein bisschen. Nimm doch noch ein bisschen. Nimm doch ein bisschen. Ich weiß, der Dreh war sehr anstrengend für dich, wenn ich Pizza wegessen. Pizza schmeckt mir gar nicht. Ich habe gerade ein Paket bekommen, am 1. Tag der Wette quasi. Ab heute fängt es für mich an. Das ist von meiner Mama. Von deiner Mama! Zu Weihnachten. Nein. Alle meine Lieblingskekse. Nein. Mit Schokolade überzogen. Die reichen auch bis zum 1. April. Ja, stimmt. Die reichen auch. Was? Was hast du gerade gesagt? Passt. Hast du gerade Cut gesagt für meinen Vlog? Was? Ich kann nicht beruhigen. Ich habe eine freudige Übernacht... Übernachtung? Ja, das auch. Wir fahren an den spannendsten Ort der Welt. Oberösterreich. Oberösterreich ist so scheiße. Lieber Leon, hallo. Ich bin's, der Nikolaus. Ich habe da ein paar Sachen in meinem Buch stehen. Am 1. April wirst du ein Foto posten. Lieber Leon, da solltest du dich mit den Keksen vielleicht ein bisschen zurückhalten. Ich habe auch stehen, dass du in der WG vielleicht manchmal ein bisschen mehr auf deine Körperhygiene achten könntest. Aber das steht hier alles in dem Buch. Das ist schon krass. Hey. Lina? Wir sind gerade bei meiner Oma. Und wie ihr wisst, haben Leon und ich eine Wette am Laufen. Zwei Männer, eine Mission. Aber das Ding ist, meine Oma weiß nichts von der Wette. Und ich habe auch ein kleines Problem. Sind die mit Alkohol? Nichts ist mit Alkohol. Nur rum. Nur rum. Das ist wirklich kein Alkohol drin. Nein. Das schmeckt immer voll Alkohol. Das schmeckt richtig Alkohol. Gibst du? Na ja, zu den schwarzen da, da habe ich ein bisschen an den Rum reingekommen. What the fuck? Was ist hier passiert? Die Saunabank ist einfach kaputt gegangen. Während wir drauf saßen. Alter Leon, zum Glück haben wir unsere Wette. Wie das jetzt aussieht, wie nach einem Hurricane. Ich war kurz davor, mit dem Gesicht in die Schneide reinzufliegen, wenn man ausfällt. Deine erste Reaktion, so richtig trocken, so. Wir müssen wirklich abnehmen. Das war wirklich das Erste, was du gesagt hast. Okay, ich habe meine Mom gefragt. Sie hat gesagt, du hast Hausverbot. Sie hat gesagt, du darfst ab 1. April wiederkommen. Was ein Wellnessabend heute.